Heute bauen wir eine richtig coole Skill-Übersicht für euren Lebenslauf. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um einen ziemlich coolen Effekt für eure Webseite bzw. euer Portfolio, eure Bewerbung, die ihr vielleicht raussteckt, um euch auf irgendeinen neuen Job zu bewerben. Und zwar hat man da in der Regel immer eine Art Skill-Übersicht oder sowas, wo man vielleicht mit Prozentbalken angibt, wie gut man in irgendwas ist. Und das werden wir heute bauen. Das heißt, wie man das Ganze animieren kann, wenn ich zu einer bestimmten Position auf der Webseite scrolle, animieren sich die Balken so rüber zu einer bestimmten Punktzahl. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Es wird ziemlich einfach zu bauen. Und deswegen ist, wie ihr auch in dem Titelbild und dort den Punkten seht, das Ganze eher an Beginner gerichtet. Das heißt, ich werde ziemlich alles erklären, was es in diesem Video zu wissen gibt. Und ihr braucht relativ wenig Vorkenntnisse. Ansonsten, wenn ihr Fragenprobleme oder sowas zu diesem Video habt, findet ihr natürlich wie immer oben in der Videobeschreibung Discord. Dort könnt ihr der Community join Hallo sagen, einfach mal mit anderen, die dasselbe Interesse haben, euch austauschen. Oder einfach, wie gesagt, Fragen beantworten und Fragen stellen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los und viel Spaß. So, und los geht's mit einer kleinen Live-Demo. Ihr seht hier unten schon, wir haben da so Skillbars. Die sind da eingeblendet. Und wenn ich jetzt mit dem Scrollbalk ein bisschen nach unten gehe, seht ihr, das Ganze wird eingeblendet. Und wenn ich wieder nach oben scrolle, dann wird das Ganze ausgeblendet. Das funktioniert wunderbar. Und wie immer findet ihr eine Live-Demo unten in der Videobeschreibung auf CodePen. Dort könnt ihr euch das Ganze ansehen und einfach mal ausprobieren und auch etwas abändern. Aber genug Zeit verloren. Jetzt legen wir los mit dem eigentlichen Video. So, und los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutory. Hier in der Seite seht ihr natürlich wieder immer nichts. Und hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das ist meine Entwicklungsumgebung. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch das genau durchlesen, was das hier an der Seite alles ist. Wir brauchen das in diesem Video nicht wirklich. Deswegen mache ich das hier wieder zu. Sondern wir arbeiten eigentlich nur mit unserer Index.html, mit unserer Main.js, also mit der JavaScript-Datei, und der Main.sas. Hier habe ich wie immer schon ein bisschen Boilerplate von mir drin. Unser Code steht hier drunter und unsere Main.js-Datei ist noch komplett leer. In unserer HTML habe ich schon ein bisschen was hinzugefügt. Und zwar haben wir hier einen Div-Container mit der Klasse Skillbars. In dieser haben wir dann unsere ganzen Skillbars. Das kann natürlich wie hier nur drei sein. Das können auch 50 sein oder 100 oder so viele ihr haben wollt. Ansonsten habe ich hier in jedem dieser Skillbar-Container habe ich einmal ein Skillbar-Label und einmal ein Skillbar-BG, also so ein Background. Und dieser hat ein Data-Attribute namens with mit einer Zahl drin, also 72, 52, 42. Das ist einfach die Weite, wie weit das Ganze raus scrollt. Und das könnt ihr natürlich beliebig anpassen. Was heißt, wenn ihr das später bei euch verwenden wollt, braucht ihr für jeden Skill diese vier Zeilen. Und ihr müsst dann hier halt den Namen sowie die Weite anpassen, wie weit das halt geht. Das hier wird später in Prozent berechnet. Was heißt, das sollte auch Prozent entsprechen. Also sowas wie 72,8 oder sowas geht natürlich auch. Ob das wirklich Sinn macht, ist natürlich jedem selbst überlassen. So, das Erste ist, wir sehen hier in der Seite nicht wirklich viel, außer dass ich hier ganz klein natürlich das hier schon generiere. Was heißt, man sieht hier Web-Design-Label, Web-Design-Development und UI-Design. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich ein bisschen schöner anpassen. Und das Erste, was wir dazu brauchen, ist zwei Farbcodes. Wir arbeiten hier mit SAS. Das heißt, wir können im Prinzip mit einem Pre-Processor Farben hinzufügen. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir wollen als erstes unser Skillbar-Container stylen. Und das machen wir ganz einfach mit Skillbars. Da ich im SAS-Umfeld bin, brauche ich keine geschweiften Klammern. Und ich sage hier einfach, okay, unser Container ist 100 Prozent weit. Wenn ich das Ganze abspeichere, wird das neu generiert. Ihr habt hier schon gesehen, es wird neu gerendert. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass es jetzt rüberrutscht. Das Nächste, was wir brauchen, wir wollen natürlich unser Skillbar-Container hier aufstylen. Dieser bekommt deutlich mehr Attribute, nämlich auch 100 Prozent Weite. Außerdem bekommt der eine Höhe, nämlich 5 Rem, also wie hoch der Skillbar-Container ist. Rem ist im Prinzip die Root-EM, also sowas wie die Schriftgröße. Die wird hier in Body-HTML angepasst mit Font-Size 10 Pixel. Deswegen sind 5 Rem quasi 5 Pixel. Das Ganze ist einfach ein bisschen besser vom Handling und kann ich nur jedem empfehlen, das so zu verwenden. Das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen Border. Hier sagen wir 0.1 Rem, also 1 Pixel. Solid. Und wir wollen unsere Color 1, nee, Color 2, nee, Color 1, 2er verwenden. Speichern das Ganze ab und haben jetzt hier schon mal so Kästchen. Das Nächste ist, wir wollen, dass das Ganze ein bisschen abgerundet ist, was heißt Border Radius, 1 Rem. Außerdem wollen wir, dass der Cursor nicht zu Text führt, was heißt, wir sagen Cursor Default. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir machen ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Skillbars. Dafür sagen wir Abstand nach oben 0, Abstand nach rechts 0, Abstand nach unten 3 Rem und Abstand nach links auch 0. Das Ganze speichere ich jetzt ab und ihr seht hier schon, das Ganze passt wunderbar. Wir können jetzt hier unserer Skillbar ebenfalls noch ein Margin geben. In unserem Fall sage ich einfach nach oben nichts, nach links 2 Rem, nach unten nichts und nach rechts 2 Rem. So ist das Ganze ein bisschen zentrierter und sieht einfach im Allgemeinen ein bisschen netter aus, beziehungsweise wir können hier sogar noch ein bisschen größer werden, damit das auch für euch nett aussieht und nicht nur für mich. So, da wir das jetzt gemacht haben, können wir weitermachen. Und zwar haben wir in unserem Skillbar, ja, weitere Elemente. Wir haben hier nämlich ein Skillbar-Label und wir haben ein Skillbar-Background. Diese müssen wir jetzt übereinander stapeln, sodass die unabhängig voneinander verändert werden können und sich nicht gegenseitig irgendwie manipulieren. Außerdem wollen wir später, wenn wir hier drüber gehen, so einen kleinen Hover-Effekt haben, wie man das hier zum Beispiel sieht, wenn ich hier drüber gehe, geht das so ein bisschen hoch. Das wollen wir später auch hinzufügen. Das kommt aber erst gleich. Als erstes kopieren wir uns jetzt unser Label und sorgen dafür, dass das so aussieht, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und dazu sagen wir, in unserem Skillbar wollen wir jetzt Skillbar-Label verwenden. Und hier sage ich, weite 100%, Höhe 100%, was heißt, das soll sich immer anpassen, je nachdem, wie das gewertet wird, also unsere Skillbar. Und was hier auch noch fehlt, sollten wir unbedingt noch hinzufügen, ist Position Relative, damit sich jetzt zum Beispiel unser Skillbar mit Position Absolute auch entsprechend anpasst. Und zwar sagen wir, der soll nach oben 0 haben und außerdem wollen wir nach links 0 Abstand haben. Außerdem sagen wir, wir wollen einfach mal ein Padding von einem Rem, also der Innenabstand von der Schrift zu der Border quasi, zu dem Parent Element, soll auf 0 gesetzt werden. Die Schriftgröße wollen wir auf 2 Rem, also 20 Pixel setzen. Der Z-Index setzen wir auf 2, weil das die Ebene über dem Balken ist. Was heißt, wenn wir drin sind, sehen wir ja, der Balken liegt hinter der Schrift, deswegen braucht diese Schrift einen Z-Index von 2. Unser Balken wird später einen Z-Index von 1 bekommen. Das Nächste, was wir machen, ist Transition. In unserem Fall sagen wir 250 Millisekunden und alle Attribute sollen animiert werden. Das sorgt später für so einen Effekt, falls man irgendwie mit dem Hover-Effekt oder sowas arbeitet. Außerdem sagen wir Display Flex und wollen jetzt hier drin noch unsere Schrift formatieren. Und das machen wir mit Justify Content und dann Space Between. Und das Nächste, was wir hier machen, ist Align Items Center, wobei hier müssen wir gar nicht Space Between nehmen, sondern wir können hier einfach Flex Start nehmen. Und am Ende geben wir noch eine Schrift Farbe, in unserem Fall Color 2. Das Ganze speichern wir jetzt ab und ihr seht hier schon, das Ganze hat sich wunderbar angepasst. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Nächsten. Und zwar brauchen wir jetzt noch unseren Balken. Wir machen das jetzt kurz ein bisschen anders. Und zwar sagen wir hier, wir wollen unseren Balken stylen. Auch hier brauchen wir Position Absolute und Position Top Left 0. Allerdings müssen wir hier auch unser Transition rüber kopieren, weil das auch animiert werden soll später. Und hier brauchen wir noch eine weitere Transition Funktion, nämlich unsere Transition Timing Function. Wir wollen nämlich hier so einen kleinen Ease In und Out drin haben. Das ist einfach ganz nett anzusehen. Wie schon gesagt, muss auch dieser Balken im Prinzip per Z-Index positioniert werden. Dafür sagen wir Z-Index 1. Der soll halt hinter unserem Label stehen. Und natürlich braucht unser Balken in irgendeiner Form eine Höhe, das heißt 100% der Höhe. Und ich sage jetzt einfach mal gerade, damit wir sehen, dass die funktionieren, 52% Weide. Das löschen wir gleich wieder raus. Außerdem sagen wir Border minus Radius 1 Rem. Und wir sagen Background Color. In unserem Fall Color 2, also unser Schwarzton. Und jetzt haben wir den hier hintergestylt. Das Ganze funktioniert. Die Schrift hat hier noch die falsche Farbe. Das werden wir gleich anpassen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal die Weide hier rauslöschen, speichern das Ganze ab. Jetzt haben wir hier nur noch unsere Schrift drin stehen. So, da wir das jetzt alles gemacht haben, kommt jetzt ein bisschen was zu unserer Skillbar hinzu. Was heißt, zu jedem einzelnen Skillbar-Objekt müssen wir jetzt mit Und, also einem Und-Operator, verketten wir das jetzt und sagen, wenn wir mit einem Mouse-Over, also einem Pseudo-Selector arbeiten und hier drüber gehen, soll etwas passieren. In unserem Fall sagen wir, dass unser Skill-Label genauso wie unser Skill-Background, Skillbar-Background, wir wollen ja im korrekten Wording bleiben, ja, sich verändert. In unserem Fall sagen wir einfach unser Label, wird in diesem Fall einfach zu Color 1 und bekommt Transform, Translate 0 nach links und minus 5 0.5 Rem nach oben. Und auch das hier verändern wir und sagen, das soll sich ein bisschen nach oben bewegen. Außerdem sagen wir hier Box Shadow, was heißt, wir geben unserem Div-Container ein Chatten und sagen 0, 1 Rem, 3.5 Rem und sagen hier einfach Color 1. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wenn wir hier drüber gehen, seht ihr schon, das funktioniert wunderbar. Natürlich hat jetzt unser Hintergrund, also diese Boxen hier unten mit der Klasse Skillbar-Background, also dem Bereich hier, der wird noch nicht wirklich gesetzt. Was heißt, das hat einfach eine Weite von 0, deswegen sieht man das aktuell nicht. Und hier kommt jetzt nämlich unser Trick, was wir jetzt mit JavaScript bauen müssen. Und zwar geben wir oder suchen wir später alle Objekte mit der Klasse Skillbar und geben diesem Objekt eine Klasse mit, und zwar die Klasse Show. Und wenn die Klasse Show vergeben ist, dann wollen wir unserer Skillbar-Label eine neue Schriftfarbe setzen, und zwar die Schriftfarbe 1. Und sonst machen wir in CSS nichts und der Rest kommt jetzt in JavaScript. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und auch für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit JavaScript gemacht haben, ist das ein guter Start in diese ganze Geschichte. Und zwar als erstes definieren wir uns einfach eine Config-Variable, die nennen wir BottomDifference. Sagen wir es 200, das ist einfach der Abstand, den unsere Boxen haben müssen, also hier 200, das wäre so hier circa, den die Boxen haben müssen, wann unser Effekt getriggert wird. Was heißt, sofern ihr das zum Beispiel direkt wollt, wenn die sichtbar werden, hier unten schon, dann könnt ihr das auch auf 0 setzen. Wenn ihr wollt, dass die erst auf der Hälfte sichtbar werden, könnt ihr das auch höher setzen. Das liegt ganz bei euch, das ist einfach Best Practice, wenn man irgendwelche Config-Variablen, die die Geschwindigkeit manipulieren, irgendwelche Abstände, wenn man die direkt am Anfang eines Skripts setzt und damit im Prinzip weiterarbeitet. Das nächste, was wir machen, ist, wir suchen uns erstmal unsere ganzen Skillbars und das machen wir, indem wir unser Dokument, also den gesamten Dokumentenbaum im Prinzip ansprechen und hier sagen QuerySelectorAll. Und hier drin ein String übergeben mit einem Punkt, weil wir eine Klasse selektieren wollen und dann Skillbar. Somit haben wir jetzt im Prinzip alle Diff-Container, die die Klasse Skillbar haben, also in unserem Fall diese drei Diff-Container, also diesen hier, den hier und den hier, selektiert und können damit weiterarbeiten. Als nächstes brauchen wir ein Event und zwar, wenn wir scrollen, soll etwas passieren. Denn aktuell passiert hier noch gar nichts und das können wir ganz einfach machen, indem wir sagen Window at Event Listener und sagen hier einfach, wenn ein Scroll-Event ausgelöst wird, dann soll etwas passieren. In unserem Fall nehmen wir einfach eine Error-Funktion und sagen, okay, jetzt soll etwas passieren. In unserem Fall sage ich einfach mal, wir wollen hier unsere Skillbars einfach mal ausgeben lassen über einen Console-Log. Wenn wir in unserem Browser sind und F12 drücken, können wir unsere Konsole aufrufen. Hier seht ihr schon, wir haben hier drei Nodes, hier sind unsere drei Skillbars drin und immer wenn ich scrolle, werden die hier alle aufgelistet. Wir wollen jetzt natürlich nicht unsere drei Skillbars per se nehmen, sondern wir sagen for each, was heißt wir gehen durch jedes Skillbar durch, sagen für jedes Skillbar soll etwas gemacht werden. Und zwar wollen wir hier eine Funktion, die im Prinzip eine Klasse hinzufügt oder entfernt, also classManage und hier unten wollen wir eine Funktion, die die Weite setzt, was heißt setWith. So, als erstes fangen wir jetzt mal mit der einfacheren Funktion an und sagen Function setWith und diese Funktion erwartet von uns ein Element, einen Status und einen ClassName. Was heißt, wir wollen möglichst variabel arbeiten, was heißt wir sollten da nichts hart kodieren und sagen einfach, okay, diese drei Parameter brauchen wir für unsere Funktionen. Als erstes selektieren wir uns hier einen Child und zwar ein Element, also innerhalb unseres Elements suchen wir jetzt mit dem QuerySelector. Selector und unserem ClassName, das wir übergeben, unser Child-Objekt und das hat den Grund, wir werden später diese Funktion hier aufrufen, das mache ich jetzt einfach mal und übergeben hier unser Skillbar HTML-Objekt, was überheißt, wir übergeben diesen Container und wir wollen jetzt im Prinzip auf dieses Data-Attribute zugreifen und dazu selektieren wir mit dieser Klasse im Prinzip diese Box. Und um das zu tun, müssen wir an diese Funktion, übergebe ich jetzt den Status immer True, das werden wir gleich ändern und hier ein Skillbar String, einfach nach dem wir suchen wollen und fügen den so hinzu und unser Child wird jetzt immer im Prinzip von jedem Skillbar Objekt dieser Skillbar-Background sein. Und das Ganze können wir jetzt ganz einfach noch erweitern und zwar sagen wir Child.style.with gleich und jetzt sagen wir Status. Wenn der Status True ist, dann soll das, was nach dem Fragezeichen kommt, dort hingezeigt werden. Wir machen jetzt hier zwei Klammern und sagen hier, wir wollen ein String, nämlich einen Prozentwert und zwar sagen wir hier von unserem Child.dataset.with. Was heißt, wir gehen jetzt in unser Child, sagen hier das withData-Attribute und kriegen damit die 72 als Number, die fügen wir hier ein, hängen ein Prozentzeichen hinten dran und setzen das als Weite unseres Diff-Elements. Und das nächste, was wir hier brauchen, ist ein Doppelpunkt, was heißt, wenn Status false ist, was setzen wir dann? In unserem Fall setzen wir einfach null Prozent, was heißt, das ist unsere ganze Funktion, um die Weite zu setzen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr hier schon, unsere drei Balken haben jetzt eine Weite bekommen, die bekommen sie aber immer. Was heißt, egal ob die sichtbar sind oder nicht, die werden immer gesetzt, das liegt hier an diesem True. Wenn wir das auf false setzen würden, würde dieser Effekt immer alles auf null setzen. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist quasi eine Funktion, um unsere Klassen hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Und das ist auch eine ziemlich einfache Funktion, und zwar sagen wir function und dann einfach manage class. Und hier erwarten wir auch ein Element und einen Status, was heißt, soll die Klasse gesetzt werden oder soll sie entfernt werden? In unserem Fall sagen wir status, Fragezeichen, was heißt, wenn status true ist, dann sagen wir element.classList, was heißt, wir greifen auf die gesamten Klassen dieses Elementes zu und sagen, wir wollen jetzt eine Klasse hinzufügen. In unserem Fall sollten wir hier vielleicht noch erweitern und zwar className ebenfalls, das habe ich in meinem Skript gar nicht vorgesehen, und sage jetzt hier unseren ClassName wollen wir hinzufügen oder wir sagen element.classList.remove und sagen hier, das Ganze soll entfernt werden. Diese Funktion können wir jetzt auch hier oben aufrufen und machen auch hier im Prinzip genau diese drei Attribute, nur dass hierhin unser ClassName nicht scalebar ist, sondern wir wollen hier unsere Klasse show verwenden. Das Ganze schreibe ich mir jetzt einfach hier rein, zack, und in dem Moment speichere ich das jetzt ab. Und wenn ich das jetzt einfach mal mit untersuchen selektiere, sehen wir, dass hier, oh wir dürfen das nicht mit einem Punkt machen natürlich, speichere ich das Ganze ab, ich selektiere das hier nochmal und sehen jetzt hier, unser Skillbar hat jetzt, oder alle unsere Skillbars haben jetzt die Klasse show, weil wir hier, wie gesagt, auch ein fest codiertes true haben. Dieses true müssen wir jetzt natürlich noch anpassen. Was heißt, wir müssen jetzt natürlich berechnen, wann wird das Ganze sichtbar. Dazu brauchen wir wieder eine neue Function und die heißt einfach check if is in view. So, die erwartet einfach nur ein Element und soll uns etwas returnen, nämlich ein true oder false, ob das Element gerade im sichtbaren Bereich liegt oder nicht. Das erste, was wir hier machen, ist, wir erstellen uns Borders Elements, was heißt eine neue Variable von unserem Element, das wir übergeben an die Funktion und sagen hier einfach get bounding client rectangle. Damit kriegen wir im Prinzip ein Objekt zurück, das können wir uns hier auch einfach mal ausgeben, console.log. So, und jetzt rufen wir diese Funktion einfach mal hier oben auf mit unserem Skillbar-Objekt und gehen hier in unsere Konsole und ihr seht hier jetzt schon, wir kriegen ein x-value, ein y-value, ein width, ein height, ein top. Das heißt, wir kriegen hier jede Menge Positionsangaben von diesem Objekt, das heißt, wir kriegen für jedes Objekt die genau passenden Informationen, die wir brauchen und damit können wir jetzt arbeiten. Und zwar sagen wir return und das erste, was wir testen, ist unser Border Element ist da top größer gleich 0. Was heißt, wir wollen, ist das schon mal nicht, also ist das von oben her im Prinzip sichtbar. Das nächste, was wir machen ist, ist unser Border Elements Punkt left größer gleich 0. Was heißt, ist das von dieser Seite aus sichtbar? Ups, das muss natürlich auch ein Unzeichen sein. Das nächste, was wir machen ist, Borders Punkt right kleiner gleich. Und hier machen wir jetzt window.innerwith oder document.documentElement und hier clientwith. Was heißt, wir kontrollieren, ist dieses Element kleiner als diese Kante hier? Was heißt, ist es von rechts im View quasi? Und das Ganze kopieren wir uns jetzt nochmal, fügen das hier ein und sagen hier einfach bottom. Und dann müssen wir natürlich nicht mit innerwith arbeiten, sondern mit innerheight. So, und hier nutzen wir clientheight. Das sollten wir natürlich auch richtig schreiben. So, das Ganze können wir jetzt so abspeichern. Und diese Funktion hier gibt uns jetzt immer, wenn wir scrollen, ein true-false-Wert zurück. Was heißt, aktuell können wir das nicht auslesen. Ich mache hier mal console.log. Und wir geben einfach mal den Wert, den Ausgabewert unserer Check-if-is-in-view-Function aus. Und ihr seht hier schon, ist true. Was heißt, diese sind im Bereich. Und wenn ich hier raus bin, seht ihr da unten, das Fall summiert sich auf. Was heißt, wir haben hier endlos viele nicht in Sicht. Jetzt sind sie wieder da, jetzt sind sie wieder weg. Das heißt, das funktioniert schon mal super gut. Und wir können jetzt diese Funktion einfach so kopieren und können die hier unten einfach einfügen. Was heißt, wir nehmen hier den Rückgabewert, beziehungsweise das können wir sogar noch ein bisschen verbessern. Und zwar sagen, wir wollen eine Variable. Diese heißt Status, berechnet sich aus dem aktuellen Objekt. Und diese wiederum übergeben wir an unsere Funktion. Und damit wird das Ganze dynamisch. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt runter bewege und es in View kommt, seht ihr, das Ganze animiert sich. Und wenn ich wieder rausgehe, animiert sich wieder raus. Aber ihr seht, es ist, wenn ich hier bin, wird es direkt eingeblendet. Und wenn ich hier in unserer Demo bin, wird das schon deutlich später erst gemacht. Das sieht ein bisschen dynamischer und ich finde netter aus. Und das liegt an unserer Bottom Difference, die wir hier oben zwar definiert, aber noch nie genutzt haben. Und zwar müssen wir einfach bei dem Element hier unten sagen, okay, minus die Bottom Difference. Und hier hinten noch ein Semikolon, nicht vergessen. Und in dem Moment, wenn ich jetzt runterscrolle, wird das Ganze später hinzugefügt. Und ihr könnt das dynamisch anpassen. Was heißt, wir können hier auch eine 500 draus machen. Dann wird das Ganze erst kurz vor Ende, beziehungsweise kurz vor Verlassen der Seite wieder eingeblendet. Oder auch 100. Dann wird es einfach eher schon wieder sichtbar. Und damit habt ihr im Prinzip einen Effekt gebaut, den ihr überall verwenden könnt. Was heißt, ihr könntet auch ganz andere CSS-Effekte mit diesem Tutorial umsetzen, indem ihr einfach eine CSS-Klasse definiert, wie das Ganze aussehen soll, wenn es sichtbar ist. Und dann im Prinzip hier einfach durchgeht und diese Klasse setzt, wenn das Objekt im View-Bereich ist. Und ich finde das einen ziemlich netten Beginn, um eine Webseite cool zu animieren. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik, wie immer habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch jede Menge Social-Netzwerke, wie Twitter, Instagram und so weiter, wo ihr einfach mal Hallo sagen könnt. Oder ihr findet dort auch Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel supportet, wie Amazon oder andere Partner. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.